Hey Leute, hoffe mal, ihr seid mindestens genauso gut drauf wie ich an diesem herrlichen Freitag. Es läuft auf meinem Kanal noch die Rocket Woche, das heißt, ich versuche mich in dieser Woche für die Monatsmission zu qualifizieren. Hab euch schon ein paar Serien gezeigt, hatte auch schon am Mittwoch vier gute Ergebnisse liegen. Heißt, ein Streichergebnis muss ich noch wegputzen, also noch eine 5600 spielen. Dann sieht es schon sehr gut aus und dann schauen wir uns mal an, was ich Donnerstag, also gestern Abend um 22.15 Uhr für Karten zugeteilt bekam. Ja, erstes Spiel, 18 Mal gehalten, das war aber durchaus eher so im Spaß. Hinterhand bekommt es für 22, da habe ich natürlich, wo mein Partner auf 22 passt, mit der Pike Dame ein prädestiniertes Ausspiel. Okay, Alleinspieler nimmt mit dem Ass, hat offenbar beide Trumpfvollen. Peak 10 sieht gut aus, 26. Ja, der Stich sieht schon wieder nicht so gut aus. Ja, was soll hier mit der Trumpf 7, ne? Hoffen wir mal, dass es ein 5-Trümpfer ist, der jetzt nur noch irgendwie Herzkönig Lusch oder so an der Seite hat und die 10 im Keller. Aber Abwurfherzkönig deutet dann eher darauf hin, dass er noch Herzasskönig hatte oder sogar den 6-Trümpfer. Und beides sind Verteilungen, die wir jetzt zumindest nicht mehr schlagen. Da sehen wir, es ist der 6-Trümpfer. Also wenn mein Partner da nach der ersten Trumpfrunde den Riecher gehabt hätte und erstmal den blanken Herzkönig abzieht und dann einen Zwischenzug mit der Herzdame oder mit der Herzlusche spielt, dann kann es knapp werden. Dann machen wir gegebenenfalls in Peak beide Stiche. 10-9 gegen König Lusch oder 10 Dame gegen König Lusch. Und ich kann beide Karo-Vollen senken. Außerdem muss ich nicht die Trumpf 7 verstechen und deswegen bleibt mein Kreuz-Bugenstich auch noch stehen, wo noch ein Karo-Bild reinkommt. Also dann kann es schon interessant werden, obwohl natürlich beide Trumpf-Vollen sind beim Alleinspieler. Die Herz 10 war gedrückt und das Pick 1 hat er auch mitgenommen. Also die Vollen gehen dann 4 zu 4 aus im besten Fall und dann hätte es knapp werden können. So, zweite Partie. Naja, am überzeugendsten sind hier vielleicht die drei unteren Damen. Und weil die mich sehr überzeugt haben, habe ich hier auch nichts gereizt. Vorhand spielt ohne Gegenreizung ein Kranken und geht über die Dörfer. Okay, 24 im Kreuz. Entweder er hat ohne 2 und hat halt jetzt 1, 2 starke Farben. Oder er könnte auch ohne 4 haben und alle Farben stark. Dann würde er typischerweise die nächsten Assets ziehen. Wenn er nur einen Bauern hat, wäre Kreuz-König eher untypisch. Dann würde er jetzt sicher eher den Bauern rausspielen, weil er auch mindestens 3 oder 4 Ass hat. So, es stört mich ein bisschen, dass mein Partner da nicht einen sich direkt schmiert. Was will er jetzt noch mehr bekommen als Kreuz-König? Okay, vielleicht was in Herz volles. Aber das scheint mir jetzt erstmal nicht unbedingt zu zielführen. 42 offen gespielt. Ja, da tue ich vielleicht mal besser nichts rein. Wusch, ist es passiert. 53, 55 offen gespielt. Und naja, man kann jetzt schon fragen, warum hat mein Partner da nicht direkt das Pik Ass durchgeladen. Also Karten fliegen jetzt weg. Ich habe es mir hinterher angeschaut. War tatsächlich ohne 2 der Krang. Die beiden roten Bauern. Kreuz Ass, 10 König, wie gesehen. Karo Ass, König, Lusche. Und dann noch Herz, König, Lusche in der Hand mit der 10 unten. Also genau 10 Augen gedrückt. Deswegen jetzt auf 65 gestellt. Und wenn mein Partner auf den Kreuz König aus Pik Ass, 10 König einfach schmiert, weil ich ja mindestens 2 Bauern an sich haben muss. Es sei denn, das ist ein Krang mit 4 und Kreuz Ass, 10 König, den wir ohnehin nicht schlagen können. Dann spiele ich danach einfach Pik Dame weiter. Und der Spieler in der Mittelhand hat schon eine super unangenehme Situation. Herz, König, Lusche kann er abtragen. Dann steht der König plötzlich blank. Oder aus Ass, König, Lusche. Also er hat an sich gar keinen guten Abwurf. Wird vielleicht da in die Dame reinstechen. Und dann kann das Spiel sehr, sehr interessant werden. So, das sieht doch schön aus. Ich denke mal, den gehen wir ja mindestens bis 36, wahrscheinlich auch noch höher. Mal gucken, was wir müssen. Auf jeden Fall gibt es Gegenwehr. Und jetzt, oh, holladihopp, das hat doch mal geschmeckt. Vier Augen im Stock, kein König. Damit wird es ein Krang mit ausgezeichneten Schneider-Schwarzchancen. Ja, die kann jeder. Die muss man nur bekommen. 96 Punkte gibt es dafür. Und der nächste Ansatz, wieder drei Büblis. Diesmal schon die Büblis da und ein Ass. Das Blatt vorher sah tatsächlich überzeugender aus. Mal gucken, kriegen wir es für 24. Ab dann wird es brenzlig. Wir kriegen es. Hey, eben zwei Bauern gefunden. Jetzt zwei Asse gefunden. Und das kann so weitergehen. Oh, wie schön ist Panama. So, Herz 8. Herz 10 kam schnell. Herz 8 eher verzögert. Also ich vermute aufgrund des Tempos, wie die Karten gefallen sind, dass Spieler 1 noch den Herz-König-Stich drin hat. Deswegen würde ich jetzt mal gucken, ob ein Karo auch noch ein Stich draußen ist. Wenn ja, hat den eher Spieler 3. Dann würde ich versuchen, mich jetzt in Hinterhand zu setzen, um zu gucken, ob dennoch Schneider möglich ist. Ja, und wenn Karo 2, 2 steht, dann ist Schneider immer gesetzt. Prüfen wir hier nochmal die Hypothese. Das, die ist Stich halt. Ich spiele 1, hat den Herz-König. So. So einfach ist halt Tennis, ne? Ja, dann fällt es natürlich auch nicht schwer, diese Gurke hier dann wieder wegzupassen. So, das ist jetzt nicht die Riesenüberraschung. Wir müssen ja hier auch nicht der Einzige sein, der Gangs bekommt. Oh, Herz-Ass gedrückt. Gleich wieder so ein Spieler, der die Asse drückt. Sehr auffällig. Hat offengespielt 39 liegen mit dem Herz-Ass 50. Und wenn er Pik-Ass noch gedrückt hat, hat er schon 61. Aber das Einstichkarobuwe, das schreit ja danach, dass es ein Gang ohne Vieren ist. Wenn er Pik-Ass nicht hat, sondern nur die 10, dann hat er im Zweifel, und da kommt auch schon der Bube, dann hat er im Zweifel erst gerade 60 Augen liegen. Wir haben Kreuz 10 hoch. Und da kommt Pik-Ass. Ich würde sagen, dann kann er nur 60 haben. 21 gedrückt. Ja, am Ende eine bittere Partie natürlich, aber ein Gang ohne Vieren, wo du nur drei Asse hast, in Anführungsstrichen, der ist natürlich erst recht ein Risiko. Gang ohne Vieren ist fast immer ein Risiko, aber mit nur drei Assen ein noch größeres Risiko. Und ich meine, es ist der Kreuz durchgelaufen, wo er vier Stück hat. Es ist der Herz durchgelaufen. Es ist eigentlich alles ganz normal gefallen. Er hat es ein bisschen leicht wieder uns gemacht, indem er Herz-Ass gedrückt hat, statt der 10. Damit war es sehr offensichtlich, dass Herz-König-Dame jetzt gestochen werden musste. Aber letztlich stand er halt einfach ohne diesen Pik-König-Stich nur auf 60. Ja, 40 Punkte für mich. Spieler 1 jetzt ziemlich abgeschlagen. Das ist ein Stück weit auch gefährlich, weil man nicht so genau weiß, wie Spieler 1 jetzt reagiert. Deswegen habe ich mich jetzt alleine mit dieser Reizung hier sehr schwer getan. Das ist ja eine absolute Graupe hier, muss man sagen. Man will es eigentlich nur haben, wenn wirklich beide anderen Spieler gar nichts haben und entsprechend dann auch gut drin liegt. Und bei Spieler 1 kann das jetzt natürlich sein, dass der nach so einem 240 Nassen, wo die Liste einfach geplatzt ist, dass der das Reizen einstellt. Ich habe mich dann schweren Herzens doch für zu 18 durchgerungen und weiß aber gar nicht so recht, ob ich sie eigentlich haben will. Eine gute reicht da vielleicht, aber eigentlich brauche ich schon zwei gute oder anderthalb mindestens. Ich kriege es für 18, das ist fast erstaunlich im Rocket. Ich finde Herz-Buben und noch ein Herz. Damit sieht das Spiel erstmal ganz vernünftig aus. Klar, vier Trumpf sollten besser nicht stehen, wo ich keinen vollen habe in Trumpf, aber erst mal ist es eine solide Partie jetzt. Nur elf Augen. Sieht schon wieder ein bisschen komisch aus. Dafür dann aber gleich wieder 14 gestochen. Nö, guck mal. Sitzt ganz geschmeidig. Haben gerade mal erst 23 Augen. Jetzt kommt hier der x-te Kreuz. Ich überlege gerade, ob das jetzt Sinn schon macht, den hochzustechen. Ich kann den natürlich mit dem Herz-Buben stechen oder mit dem Kreuz-Buben. Da kommt dann Spieler 3 auch nicht mehr drüber. Aber ich denke, fast die größte Gefahr bei 23, die sie liegen haben, ist, dass dann hinten vielleicht eine Karo-Lusche rausfällt und dann ich noch zwei Stiche Karo mit zweimal Schmierung abgeben muss. Deswegen nach reiflicher Überlegung denke ich mir, Karo-Abwurf ist hier wahrscheinlich die optimale Karte. So, jetzt haben sie gerade mal 27 und können auch mit dem Karo-Stich nicht mehr gewinnen. Tatsächlich, wenn jetzt falsch festgehalten wird, nehme ich sogar noch den Schneider mit. Nicht, dass das jetzt besonders wahrscheinlich wäre, aber der Versuch ist ja mal nicht strafbar. Also, es ist gut gegangen. Einfaches Herz gewonnen. So, und wieder so ein Ding. Jetzt Spieler 1, der so tief im Minus steht, der reizt hier. Was heißt das jetzt? Ich halte trotzdem mal die 18, um zu testen, ob der vielleicht auch nur anreizt. Der Kreuz-Ansatz ist mir doch einfach noch zu verführerisch mit vier Vollen. Aber bei 20 ziehen wir dann doch lieber wieder die Reißleine und gucken. Tja, mit beiden Trumpfvollen und genau drei Trümpfen sieht das Gegenspiel irgendwie schwierig und unattraktiv aus. Deswegen mache ich mal gleich so einen All-In-Zug. Und immerhin, der geht sofort über die Dörfer. Also, da haben wir irgendwas getroffen. So, und guckt euch das mal an. Karo 21 gedrückt, ganz offenbar. Offensichtlich auch kein Sechstrümpfer, wahrscheinlich nicht mal mehr ein Fünftrümpfer, dass er direkt diese Panikzüge schiebt. Ja, durch die 18er Reizung, die ich gehalten habe, habe ich ihm offenbar über den einfachen Karo rübergeholfen. Andererseits heißt das schlecht, denn er wird wohl noch den dunklen Bauern haben. Und dann ist das Spiel einfach dadurch gewonnen, dass er jetzt schon über 50 Augen liegen hat mit den 21 gedrückten. jeder Volle, den er noch bekommt, reicht ihm. Ja. Ich kann zwar hier jetzt überstechen, dann ist der Volle schon mal sicher. Dafür wird es dann halt wieder nicht so leicht, die Kreuz 10 vielleicht heimzubekommen und die Pik 10. Also, ich habe hier einfach zu viele Volle. Das heißt, ich überdenke mir, dass der gerade noch mal am Ende bin ich zu der Überzeugung gekommen. Also, wenn dann überhaupt noch den Kreuz Buben wirklich hat, was ich vermute, dann können wir gar nicht gewinnen. Werfe ich jetzt erstmal so ab, hat er mit dem gedrückten, glaube ich, 57 und muss jetzt einfach hoffen, dass er jetzt wirklich gar keinen Stich mehr macht. So, wo er drei Karos in der Hand hat, Kreuz als Herz, als Dame, wird er also nicht noch einen weiteren Kreuz haben. Ich stelle ihn hier jetzt schon auf den Viertrümpfer. Ja, jetzt hat er 60 liegen offen. Jetzt muss mein Partner eben gleich den Kreuz Buben haben. Aber das ist nicht der Fall. Also, 74 für einen Alleinspieler. Ähm, ja. So, drei Könige habe ich. Wieder die beiden Alten. Aber immerhin noch das Herz Ass dabei. Spieler 1 zeigt wieder Interesse. Mhm, 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 mhm. Ja, ich sage mal so, ne? Von nichts kommt nichts. Bis 27 müssen wir den Vorfall einfach mal ausprobieren. Natürlich mit ein bisschen Bauchschmerzen. Zack. Herz 10 passt. Pik 9 eher nicht so. Auch wieder halt so ein typisches Rocket-Spiel, ne? Mit Zittern und Würgen, mit ein bisschen Schweiß. So, wie drückt man den? Man kann natürlich jetzt, ähm, auch die Stärke Herz 10 im Blatt halten, aber ist das Ding eigentlich so stark, ne? Andererseits, wenn du dir den Karo König runterdrückst, dann hast du auch eine relativ schlechte Konstellation mit acht Damen in der Hand und noch einen gedrückt. Also, der Karo König kann auch einen Stich machen. Es kann auch vier Trümpfe sitzen, wo du die Herz 10 besser im Keller haben willst. Also, ich nehme das teurere Spiel, den Pik, drücke Herz 10 mit runter. Ja, und jetzt heißt es Daumen drücken. Wie fast jedes Spiel beim Rocket ist auch dieses hier sicher schon ein Endspiel. Noch liege ich ja sehr gut im Rennen, aber ein teures Verlustspiel wie dieses hier, das würde auch die Serie ruinieren. So. Fehlfarbe, immer an das Ass gestochen, aber ich denke, wo wir hier nicht angespielt wurden, können wir einfach wirklich nur Knüppeldicke von oben ziehen, direkt auf Trumpf 3-3 gehen. Schade, kein Trumpf voller gefallen, aber Trumpf steht 3-3. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Jetzt müssen wir noch die Karos hochgespielt bekommen. Ich meine, wir können, oh, das sieht gut aus, 32. Zieh die Karo 10 und zieh sie doch. Jawohl, Spiel gewonnen. Zwar noch ein fetter Stich, aber 55 nur bei der Gegenpartei. Na, wenn er Erstkreuzkönig zieht, dann gewinne ich jetzt auch, weil er tatsächlich auch nur noch diesen einen Kreuz hatte, aber das konnte ich in dem Moment natürlich noch nicht wissen. Ich komme dann ja zu kurz, muss stechen, direkt Karo einmal rausklären und dann kann es eben passieren, dass da noch der sechste und siebte Kreuz auf den Tisch kommt. Das war aber jetzt hier von der Verteilung eben nicht ohne weiteres möglich. Deswegen wurde das Spiel easy gewonnen. So, was haben wir hier? Könnte wieder so ein Null werden mit einer entsprechenden Herz-7 oder einer Kreuzbindekarte. Deswegen leuchte ich hier noch die roten Farben ab. Also für ein einfaches Karo oder ein einfaches Herz wird der nicht verkauft. Ich kann schließlich auch noch zum Pik oder zum Kreuz finden. Habe also mit dem 0-3 Möglichkeiten irgendwie reinzufinden. So, jetzt bin ich natürlich sehr interessiert. Vier Trumpf dagegen, direkt Kreuz König gestochen. Das ist natürlich super. Oh, jetzt wird es aber jetzt wird es ein Gemetzel hier. Mein Trumpf kurzer Partner hat ihm beide Kreuzen abgestochen. Ich stehe jetzt noch mit den vier Trumpfen dagegen. Ja, da braucht man nicht allzu viel zu sagen. 58 schon liegen. Habe schon offensichtlich kein Karo mehr. Das Trumpf steht hier noch und wartet auf seinen Einsatz. Kann ja auch einfach Trumpf zurückspielen. So, bei 58 liegen noch mal ein 32er eingesackt. Könnt ihr ja mal zusammenrechnen, was dabei rauskommt. Das war jetzt kein Spaß für Spieler 3. Der hat damit, würde ich sagen, die Serie auch beerdigt. Klar, der musste auch ein bisschen was tun. Aber 30 Augen, das ist natürlich eine schöne Klatsche. Für mich gibt es trotzdem 40 Punkte auf 501. 500, da haben wir sie schon. Drei Spiele noch zu laufen. Jetzt noch ein schönes dickes Spiel für 600 Punkte. Dann kann ich hochzufrieden sein. 500 ist auch so schon ein sehr gutes Ergebnis. Aber drei Spiele noch zu laufen, es könnte noch eine richtig gute Serie werden. Und die sind ja beim Rocket so viel wert, diese Serien größer als 600. Denn wenn wir am Ende nur 5 mal 500 gespielt hast, 2.500 reicht also nicht. Durch die Streichergebnisse, durch den Modus brauchst du halt schon so ein bisschen was darüber, eher so in 600 im Schnitt. Ja. Dann wird es wohl irgendwie nicht reichen. Dann kommt jetzt der Bube. Also zwei Buben zwar dagegen bei meinem Partner, aber ich habe ja hier wirklich nichts, was ich beitragen kann und der Alleinspieler ist auch stark genug. Guck mal, hat sogar noch Herz-Ast gedrückt, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Hat er also, außer in der Aufspielfarbe, hatte er überall komplette Stärke drin. Entschuldigt, dafür bin ich ein bisschen am Husten. so. Ja, elftes Spiel, das war wieder nichts. Immerhin, die beiden stehen beide wirklich im Prinzip ausgeschieden. Chancenlos, dennoch sind sie noch am Reizen. Mittelhand bekommt's, das gibt natürlich Hoffnung. Ich habe auch noch ein paar Volle hier. Mal gucken. Caro, sehr schön, habe ich nur einen Trumpf. Großes Interesse. Gut, wahrscheinlich hat er mit rein. Oh, guck mal, schon mal 24. Also, die Dame, blanke Herz-Dame, wäre schon sehr ungewöhnlich. Also, von daher, man kann gleich schon mal einkalkulieren, so ein bisschen, guck mal, gerade wo er jetzt kreuzsticht, dass er noch Herz-7 in der Hand hat. Auch so ein Bluff, ein bisschen für Arme, aber, keine Ahnung, mag auch irgendwo seinen Zweck erfüllen. Ich habe das gleich schon mal so ein bisschen im Hinterkopf mal mit berücksichtigt. Herz-7 traue ich ihm also durchaus noch zu. Kann natürlich auch meinen Partner haben, aber wie gesagt, blanke Herz-Dame stinkt so ein bisschen. So, das Spiel ist mit rein. Ja, hat mein Partner noch das Trumpfass. Wenn ja, dann ist es ja nur der Sechstrümpfer, dann wird der wahrscheinlich ohnehin schwer. Wenn nein, dann ist es der Siebentrümpfer, dann kann es sein, guck mal, da kommt auch schon die Herz-7. Also, wir sind noch nicht ganz zu Hause. Wenn es der Siebentrümpfer ist, dann hat er jetzt Rest und gewinnt. Wenn es der Sechstrümpfer ist, muss er auch noch einen zweiten Peak dabei haben. Und, dann hat mein Partner tatsächlich, dann hat mein Partner auch noch einen Trumpf in der Flosse. Ja, und damit ist es natürlich auch völlig chancenlos wieder passiert. 43 Augen. Ja, kann ich an der Stelle wirklich froh sein, dass ich hier jetzt Spiele habe, die, obwohl sie im Minus stehen, noch ins Risiko gehen und mir so 40 Punkte in den Schoß gefallen sind. Ja, und jetzt letztes Spiel, wieder drei Damen. Gut, auch zwei Ass und Karo Bauer, ne? Nicht unbedingt attraktiv. Bei 540 liegen. Soll man das Ding jetzt noch reizen? Was ist, wenn Spieler 1 jetzt plötzlich mit einer guten Gegenkarte den Schnabel hält, weil er endgültig die Nase voll hat? Wirklich nicht so leicht. Ich sag die 18. Ich sag die 18. Ich bekomme das Ding bei 18. Bauer Ass. Das sieht doch gut aus. Also besser konnten wir erstmal im Prinzip nicht finden als Bauer Ass. Und jetzt geht das gerechnet natürlich los. Der Karo ist jetzt schon ziemlich stark. Aber jetzt müssen wir doch eigentlich einen Grang haben. Drei Ass sind eine Zehn, Kreuz Karo Bauer ohne Gegenreizung. Das Ding muss jetzt einfach als Grang funktionieren. Ich bin hier noch nicht ganz klar, wie ich den drücke. Drei Augen Karo in der Hoffnung im, was weiß ich, Karo im zweiten Stich Karo Zehn stechen. Aber dann denke ich mir, drück vielleicht doch mal lieber sieben Augen, das eine Bild mehr. Wenn dann Karo eben rauskommt, dann hast du vielleicht im dritten Stich die Karo Dame hochgespielt bekommen. Sehr wahrscheinlich tut es nichts zur Sache. Das Spiel ist relativ gut und wahrscheinlich wird es ohnehin gewonnen. Aber wenn es dann dumm läuft, dann hat man natürlich in jeder Drückungsvariante die Drohung und der Herz Bube hier gefällt mir natürlich sehr gut. Guckt euch das mal an. Zwei Bilder gedrückt, jetzt schon 13 liegen. Wir zählen uns schon fast über die eigenen Vollen komplett hin beziehungsweise mit den vier Stichen sollen die anderen jetzt erstmal hinkommen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. So, hier kommen sie natürlich raus. Das ist schön, aber jetzt gibt es auch nur noch einen Stich in Karo. Ja, oh wie schön ist Panama. Das Ding lief, die Serie lief wie auf Schienen. Ein paar gute Spiele am Anfang. Große Spiele, ein paar mal 40 von der Seite, ohne dass ich allzu viel hätte tun können oder müssen. Und die zwei, drei Dinger, die ich dann für mit ein bisschen Magenschmerzen gereizt habe, die lagen dann immer gut drin oder standen sehr erfreulich im Verlauf wie der Peak mit 2. Zack, 639 bei rausgepurzelt. Ja, und dann können wir auch gerade noch mal schauen, wo das dann hinführt. Rangliste, Rocket Rangliste, wo es hingeführt hat. Zack, bin ich inzwischen auf dem sechsten Platz und das ist ja völlig in Ordnung, denn die ersten 15 in der Wochenwertung qualifizieren sich für die Monatswertung 2.989 jetzt liegen, dank dieser 639. Ja, und ich denke, ich werde vielleicht noch eine oder andere Serie spielen, um hier die 480 vielleicht noch zu ersetzen durch eine weitere Serie größer 500, dann habe ich auch die 3000 voll und damit würde ich sagen, am Freitag sieht das alles sehr gut aus, dass die Mission erfolgreich gelaufen ist und ja, was dann dabei rauskommt, nächste Monatsmission ist dann erst in zweieinhalb Wochen. Da werdet ihr sicher von mir wieder was sehen. Also, wünsche euch ein herrliches Wochenende und wie immer Glückblatt. 3 cons bis zum nächsten Mal. 5 bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020